Das Unternehmen ist aus der Historie entstanden. Wir haben ganz ursprünglich auch mit Arzneimitteln gehandelt, aber unsere Kompetenz liegt jetzt ausschließlich auf dem Handel mit pharmazeutischen Rohstoffen, Hilfsstoffen, die in der Pharmaindustrie oder auch kosmetischen Lebensmittelindustrie teilweise auch in der technischen Industrie verwendet werden. Also wir stellen selber nichts mehr her, auch wenn das der Name vielleicht vermuten lässt. Gelegentlich kommt es mal dazu, dass wir im Sonderauftrag etwas mischen oder auch abfüllen, aber das sind dann schon wirklich sehr spezielle Fälle. Ansonsten ist unsere Konzentration darin, unseren Kunden genau die Rohstoffe zu liefern, die sie benötigen. Wir arbeiten hier mit einem Team von vier Leuten zusammen. Wir haben ein kleines Lager, in dem wir gewisse oft verwendete Rohstoffe vorhalten. Ansonsten bevorzugen wir die Besorgung über den Unselfly-Prozess. Das heißt, sobald unsere Kunden bei uns bestellen, erhalten sie vom Hersteller die möglichst frischeste Ware, die zur Verfügung steht. Unser Versand sieht vor, dass wir je nachdem, was für ein Produkt wir verschicken und je nach Größenordnung, entweder kleinere Pakete per Paketdienst verschicken oder im Falle von Gefahrgut oder größeren Sendungen benutzen wir große Speditionen. Speditionen, dort haben wir uns nicht festgelegt, sondern holen ganz individuell die bestmöglichen Angebote, die nicht nur in Bezug auf den Preis, sondern auch auf die jeweilige Leistung das Optimum geben.